Nächstes Video, wieder eine Vorstellung, was ich gekauft habe. Aretini hat ja schon im Januar einen riesen Prozente-Verkauf gestartet. Und wer mich kennt, weiß, da schlage ich zu. Als erstes habe ich mir von Aretini die 150er Pfeilen bestellt zum Kleben. Ihr wisst ja, ich mag die am liebsten und 150 hatte ich bis jetzt noch nicht, werde ich also dann immer mal zwischendrin ausprobieren. Und da haben 10 Stück gekostet, 2,40 Euro. Ich habe ohne Bord gekauft, da ich ja schon zwei habe. Die sind für das Plastikbord. Aretini hat auch für ein Metallbord, aber ich wollte unbedingt die für das Plastikbord haben. Weiter geht es auch schon mit diesen Rötelchen. Es gab von Aretini ein Angebot, eine Gel-Serie zu kaufen für 9,99 Euro. Und ja, ihr hört richtig, also 9,95 Euro, 5 Farben, nennt sich Effekt-Trend-Farbe, Spring-Summer 2018. Und sage und schreibe 5 Farben nur komplett 9,95 Euro. Also ihr habt da keinen Hörfehler oder so. Ihr wisst, was die Farben einzeln kosten, zuzüglich Mehrwertsteuer. Und hier sind es 5 Farben zum Preis von einer. Und das, ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Das ging einfach nicht. Ich zeige sie euch gerne jetzt mal so zum Auftragen machen und dann ein extra Video. Das Aretini Lilac, Light Lilac 207, exklusiv Pearl Color Gel. Dann exklusiv Silky Color Gel, Light Purple, die 811. Dann exklusiv Metallic Color Gel, Purple, die 306. Exklusiv Pearl Color Gel, die 206. Und das exklusiv Trend Color Gel, Violet Love Affair mit der 1,27. Wenn die Kamera will, gerade nicht so wirklich. Also, aus dem Pulli System des Clear habe ich mir bestellt 15 Milliliter für 7,77 Euro. Das ist die Perfektion Line. Das ist Perfekt Top Nummer 1. Moment. 5 Milliliter kosten 3,95 Euro. Das mache ich euch mal auf. Ja, jetzt scheint meine Kamera wieder zu fokussieren. Das wollte sie nämlich für uns gar nicht. Nochmal. Das Perfekt Top. Ja, mach das. Das Perfekt Top aus der Perfektion Line von Aretini ist ein Versiegler, der komplimentär eingefärbt ist. Ich habe schon eins und zwar ist das ein Apricot Cover Gel, das Apricot. Das schaut ja so aus. Das hatte ich von meiner lieben Dani geschenkt bekommen. Ich grüße dich mal ganz, ganz herzlich. Tschözelin. Ja, die Dani ist meine Sonne, genau. Und deshalb habe ich mir jetzt noch andere Gele mit dazu bestellt. Und bin auch wirklich sehr, sehr gespannt. Als nächstes habe ich das Bilderweit. Das hat 3,95 Euro gekostet. Ebenfalls nur 5 Milliliter. Reicht mir aber zum Testen erstmal aus. Ich hasse es, wenn solche Tiegel nicht aufgehen wollen. Aber, ich möchte es euch ja wenigstens zeigen. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So, das ist also ein, ich würde mal sagen, normales Weiß. Aber, wie ihr sehen könnt, das ist eben ein Bilderweit. Das heißt von der Konsistenz sehr, sehr dick. Das fließt eben nicht in die Ränder. Da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt. Wie das sich verarbeiten lässt. Gut, das Gefriemel mache ich später ab. Mich nervt das zwar gerade tierisch, aber nein, ich will euch da nicht mit aufhalten. So, last but not least. Aus der Perfection Line Serie, das Bildergel. Clear Hardgel. Ebenfalls zum Testen in einer kleinen Menge gekauft. Ich arbeite sehr, sehr gern mit standfesten Gelen. Weil ich mir dann beim Aufbau einfach viel mehr Zeit lassen kann. Und den auch ordentlich erstellen kann. Auf gut Deutsch gesagt. Ohne, dass mir was in die Ränder läuft. Weil ich habe immer das Talent, jedes andere Gel läuft bei mir in die Ränder. Und ja, A führt das zu Lüftings, B ist es unschön, C bin ich einfach viel zu langsam noch beim Aufbau. Und deshalb umgehe ich das mit diesem Bildergel. Und ihr seht schon, ich hole jetzt da eine richtig große Menge raus. Und bis sich da was tut, denke ich mal, selbst der Faden löst sich erst lange, lange Zeit später. Ja, wie gesagt, bis sich da was tut oder was in die Ränder läuft. Ja, dann seid ihr dreimal fertig mit dem Aufbau. Und deshalb habe ich das mit eingekauft. Einfach zum Testen. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem jetzigen Aufbaubildergel. Das ist nicht die Frage. Aber ich bin und bleibe halt Aratini-Fan. Und möchte einfach mal für mich persönlich vergleichen. Und das hat ebenfalls 3,95 Euro gekostet. Und jetzt wieder etwas für meine Farb-Gelsammlung. Die Ice Cream Color Farbe Ruby Gold. Ich hatte mit dem Ruby Gold eine Modellage gesehen. Und dachte, ja, die willst du auch machen. Da brauchst du auch unbedingt dieses Gel dazu. Es soll ja gleich aussehen. Also habe ich mich für die 1128 entschieden. Die zeige ich euch jetzt mal. Aber nur zeigen. Aufgetragenes Bild. Das ist schon von Weitem. Das ist eine Hammer Farbe. Die kann man einfach nicht beschreiben. Die muss man gesehen haben. Ihr wisst, ich bin wirklich kein Fan von Rottönen oder roten Nägeln an mir selber. Aber da werde ich sogar schwach. Das ist die Farbe schlechthin für mich. Und ich denke, ihr könnt verstehen, warum ich die gekauft habe. Standardpreis ist klar, 9,90 Euro. Und man hat, wie gesagt, zuzüglich, sorry, die Mehrwertsteuer. Es gab, wie gesagt, den Rabatt. Dann habe ich für die Zahlung per Vorkasse. Also wer per Vorkasse zahlt, bekommt nochmal 3% Rabatt. Und bei der Menge, ja, macht das schon über einen Euro aus. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Das ist nicht im Bild, also kommt es da hin. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. All das, was ihr hier seht, habe ich abzüglich Rabatt 54,22. Inklusive Porto 4,95 und Mehrwertsteuer. Und da kann man nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Dann gab es aber noch, was mich besonders gefreut hat, entschuldige ich das Geknister von Aretini für die Perfection Line. einen Beileger und ihr seht, also, ne, welche Preise, welche Abfüllungen. Dann die Bestellungen. Und was ich sehr schön finde, ist hier extra aufgelistet nochmal die Inhaltsstoffe. Das ist sehr, sehr wichtig. Und, was mich besonders erfreut hat, ist dieser Verarbeitungshinweis. Was, wofür ist, wie es ist, wie zum Beispiel das Camouflage-Gel. Koffer Apricot ist standfest, pinchbar, Hitzeentwicklung und Apricot eingefärbt. Das findet man nicht bei jedem, muss ich ehrlich dazu sagen. So kann man sich schön drauf einstellen. Finde ich ganz, 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 ganz klasse. Vielen lieben Dank. So kann man für sich und seine Kunden auch die Aufmachung, ne, ist also bombastisch in einem, wie in einem Katalog, kann man seinen Kunden die Infos geben, wenn gewünscht. Es gibt ja auch welche, die auf verschiedene Sachen allergisch reagieren. Das Gleiche gibt es auch nochmal zum Poly-System. Das ist ebenfalls aus der Perfection Line. Und hier sind Preise. Und ihr seht, ich habe für mein Clear zum Beispiel, die 15 Milliliter, habe ich ja 7 Euro bezahlt, also 7,70. Ursprünglich kostet das 12,95. Das heißt, es war 50 Prozent reduziert. Und da muss man einfach zugreifen. Das geht nicht anders. Ist so. Ja, hier ebenfalls wieder Inhaltsstoffe und Verarbeitungshinweise in Deutsch, in Englisch und in Griechisch. 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 Ja. Auch die Aushärtungszeiten stehen mit drauf. Das finde ich besonders gut. So erspart man viel, viel Zeit sich zum Suchen. Vor allen Dingen weiß man auch gleich, womit was zu tun ist. Ja, meine Lieben, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig. So eine Info. Es war mir wieder ein Vergnügen, euch das Ganze vorstellen zu können. Ja, meine Lieben, das war's zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye, bye, eure Kathrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.